Jellis Kotz, 28, packt wieder über ihren Ex aus. Während die Bachelor-Bekanntheit mit Jimmy Blue Ochsenknechts, 30, kindschwanger war, machten sie Schluss. Seitdem liefern sie sich einen öffentlichen Rosenkrieg. Die Influencerin wirft dem Moderator vor, sich nicht um seine Tochter Snow zu kümmern. Er blockierte seine Verflossene dann sogar im Netz. Nun geht der Zoff weiter, angeblich hat Jimmy die kleine Snow seit Wochen nicht mehr gesehen. In ihrer Instagram-Story stellte sich Jellis den Fragen ihrer Fans. Das Hauptthema, Jimmy und sein Verhältnis zu Snow. Als ein Follower wissen wollte, wann er die kleine das letzte Mal gesehen hatte, antwortete sie, am 10. April, als er für zwei Stunden da war, um seine Möbel abzuholen. Falls dies stimmen sollte, hat er seinen Nachwuchs seit über zwei Monaten nicht mehr gesehen. Aber auch der Rest seiner Familie soll sich nicht wirklich nach Snow erkundigen, plauderte sie weiter aus. Daher werde Jellis dieses Jahr auch nicht gemeinsam mit den Ochsenknechts Weihnachten feiern, ihr Vater darf gerne zu uns kommen, um Snow an Weihnachten zu sehen, aber ich gehe da definitiv nicht mehr hin. So habe sie auch gar keinen Kontakt zu der DTV-Familie.